Der nächste Song, ein Song von Erykah Badu, der heißt Tyrone und ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie ich gesagt erzählt habe, dieser Song handelt von einem Mann, der sich über seine ständig nörmende Frau beschwert. Hier ist es umgekehrt, eine Frau, die sagt, so langsam ist es halt, dass seine Sachen wachsen. Tyrone, irgendwie auch. Tyrone, irgendwie auch. Everytime you come around, you've got to bring Jim, James, Paul and Tyrone. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020